Wir haben ganz tolle Spiele zum letzten Samstag gezeigt gegen Lustenau im ersten Drittel. Zweite war zwar nicht so gut, aber am Ende haben wir den Einzug souverän ins Halbfinale gefeiert und ich glaube, jetzt sollen wir aufbauen auf das und die Zielrichtung sollte jetzt sein Finale. Schauen wir jetzt auf einen sehr guten Weg. Ich glaube, sportlich haben wir wirklich aufgezeigt dieses Jahr. Das war die Voraussetzung und zuschauermäßig ist es leider nicht so, wie man es sich wünschen würde. Aber ich glaube, jetzt in die Finalspiele sollte im Halbfinale die Zuschauerresonanz ein bisschen sich steigern und da, glaube ich, sehen wir sicher tolle Matches. Der Meistertitel ist immer das Oberstädtel sein. Leider haben wir es bis jetzt noch nie geschafft. Ich glaube, meistens von gutem Weg dorthin und für uns wäre es sportlich schon sehr, sehr interessant, wenn wir es in diesem Jahr wirklich schaffen würden.